Ich cutte das dann einfach. Ja, ja, ich bin auch gerade eingestiegen. Warte mal, was ist bei dir? Bei mir steht ein Auto und es hat was auf mich geschossen. Aber es ist gelockt. Ich stehe direkt neben dir in der Scheune, äh, in der Scheune in der nächsten. Hast du eine Waffe? Nee, gar nichts. Aber irgendwas hat gerade nachgeladen. Okay. Und vor allen Dingen hat jemand mit einer, äh, sehr, ähm, mit einer Sniperwaffe geschossen. Es hört sich so, als ob ein Großkalibrig hört das die sagen, gell? Nee, 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 das war kein Lynx. Boah, die sind zwar ein bisschen laut. Oh ja. Die Cutter, hier kann man nie rein? Nein, leider nicht. Ja, ich werde es einfach laufen lassen und damit, ähm, momentan geht es einigermaßen. Hm, hm. Vielleicht habe ich einen Fehler schon gefunden. Ich gehe mal schnell hier rein, in die, ähm, Hangars. Die Baracke ist leider leer. Also die Hangars waren leider auch leer. Ich versuche gerade, zu einem Amad-Rei-Turm zu gelangen. Kann man hier nicht, äh, die, äh, die Dinger looten, nee, na? Was denn? Ein Schränke oder so. Ja, es ist, nee, leider nicht. Äh, das Problem ist ja auch. Aber die Frage ist, ich überlege jetzt gerade von wo er ist er geschossen haben können. Also wenn er von da aus geschossen hat, dann wäre man, ich gehe jetzt oben in den Turm rein. Warst du da schon? Nee, äh, was, was mir jetzt auch ein bisschen irritiert kommt. Wir sehen jetzt ja schon eine ziemliche Zeit lang, uh, hier ist ein weißes Auto. Nennt sie. Ja, Auto hat ja nichts zu gelangen. Ist es offen? Nee, ich gehe gerade auf den Turm zu und das ist auf dem, auf dem Hügel, äh, hinterm, hinterm Ehrfield. Ja, gut, Autos haben wir da. Ähm, normalerweise kommt ja immer die Meldung, äh, Loot have been spawned, aber wir sind ja schon eine Zeit lang hier und die Meldung ist noch nicht gekommen. Und ich kann dir leider nicht genau sagen, wie die Server-Einstellung ist. Lol, das ist wie, als wenn mir gar nichts geht. Ich bin jetzt in dem Turm drin und da ist so viel drin und nichts. Ja, ich weiß, normalerweise kommt immer die Meldung, Loot has been spawned. Ja, ja, das hast du gerade schon mal gesagt. Ja, ja, ich sag ja. Aber aus irgendeinem Grund tunst du es nicht. Ist mir schon klar. Dann spawnt halt auch keiner. Das Problem ist, hier sind mittlerweile... Hier sind Quad, ich sehe einen Quad, nennt sie... Oh, Alter. Was ziehst du? Ein Quad. Ich hatte jetzt auch gerade, äh, Framestrops, äh, of Doom. Boah, ey, ich muss unbedingt ein paar Screenshots machen von den Zombies. Die sehen schon cool aus, gell? Ich habe aber Angst, dass ich jetzt dabei sterbe, weil ich Experimente mache. Aber, aber hey, Leute, alles für den Dackel, alles für den Club. Wuff. Wow, es macht einfach mal Spackei, Leute. Hallo. Hey, komm mal auf, mich so anzuschreiben. Komm mal zum Mutti. Ah, es schießt auf mich. Was? Nee, ich bin beschlossen. Ich höre es, ich höre es. Ach du Scheiße. Ach du heilige Kacke. Das kommt, das kommt von, das kommt von, das kommt von links, das kommt von links, aus, aus, aus Norden, aus Norden. Hier ist ein Fahrrad. Äh, ja, das könnte eine Lynch oder eine M320 sein. Nein, du schießt nicht auf mich. Das ist ein Problem. Ticken. Ja, ich höre dich. Ticken. Warte, ich versuche, ich versuchte, wenn das Quad läuft, dann versuche ich, deinen Schützen zu finden. Warte, einfach auf zu schießen, du hast keine Ahnung. Beide, beide ihn noch, beide ihn noch. Mach es doch, ich weiß, wo der ist der Typ. Wo genau? Siehst du ihn aus? Nee, ich höre halt, wo er herkommt. Ja, ja, aus Norden. Warte, ruhig. Ich bin mir nicht sicher, ob es zwei sind, weil jetzt Schüsse hier angekommen sind, die eigentlich... Ja, mir ist es jetzt nämlich auch vorkommen. Weil der Schuss immer erst relativ spät kommt. Also bei mir schlägt immer erst die Kugel ein und dann kommt der Schuss. Ich bin... Ah, verdammt, das ist lockt. Ah, jetzt spawnt was. Was, echt? Bei mir ist Loot gespawnt in der... Oh, nee, nee, Nancy, du wirst ja, dass der... Hast du die Meldung bekommen, Loot has been spawnt for you? Nein, habe ich nicht. Habe jedenfalls nichts gesehen. Okay. Wo ist bei dir Loot gespawnt? Hm? Na, ihr in dem Haushalt. Turm oder Baracke? Mann, Alter, das Airfield ist doch groß. Wie ist das? Das ist halt hier Baracke oder was? Keine Ahnung. Okay, danke. Ich komme zu dir. Ja, du brauchst aber nicht herkommen, weil... Zombies und Beschuss. So viel ist es nicht. Ja, aber hier am anderen Ende des Airfields ist auch nichts. Ich habe darauf gehofft, dass irgendwie das Quad irgendwie offen ist. Halt ein Helm. Wow, ein ganzer Helm. Was nützt uns, dass wir jetzt hier aufeinander hoppen? Außer, dass wir uns denselben Loot angucken. Hm, hm, hm. Lieber mal Loot ein bisschen triggern. Ja, aber es triggert keiner. Das ist gerade das Problem. Manchmal geht nicht immer alles so ganz schnell. Hm, aber... Ja, egal. Wo gehst du jetzt hin? Okay. Hm? Ah, ich weiß, wo er ist. Okay. Der ist da oben in dem eben grünen Turm drin. Macht sogar Sinn. In einem der Türme? Der hat auch irgendwie mein Rad getroffen oder irgendwas. Ich fahr plötzlich langsamer, Leute. Mit was fährst du? Mit dem Fahrrad. Ich habe gesagt, ein Rad. Mann! Das ist doch nicht ernst. Der hat mein Fahrrad kaputt gemacht. Serious. Rest in Peace nennt sich das Fahrrad. Du wirst mir auch rot angezeigt. Kann es sein, dass du bitte Hilfe verloren hast? Ja, der hat mich getroffen. Ich blute ja wohl anscheinend. Hm. Fuck, Mann. Scheiß Idioten, ey. Die haben kein Leben. Jetzt weiß ich aber, warum kein Loot spawnen. Ich bilde es mir ein. Aber ich bilde es mir ein, dass ich mal gelesen habe, wenn Spieler in der Nähe sind, feindliche dann spawnen kein Loot für einen. Nur ist halt die Frage, wofür Range das ist satt. Ja, ich will eh sterben. Ich müsste mich eigentlich verbinden. Also, ich würde den lieber wegkriegen. Ich kann mir gut vorstellen, wo er ist, aber ich werde jetzt sterben. Aber wenn ich sterbe, dann bitteschön mit einem Screenshot von einem Zombiemann. Haua! Nur mich anz... Mann, er beißt mich, er beißt mich halt an. Nee, 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 nee. Du schmeckst ja auch lecker, Nancy. Lecker, lecker, spinnt. Ich war... Aber ich meine, mein Kreuz war schon auf Null. Also, der Sniper hat mich schon offensichtlich getroffen. Aber wie lang muss man sein, bei so wenig Leuten auf dem Surfer, das ausgerechnet einer hier rum campt. Der hat auf jeden Fall... No life? Nee, es ist gerade mit Nancy angelegt. Ja, ich versuche... Ich bin ja noch am Ehrfinden, Nancy. Ich versuche... Ich hoffe ja mal, dass irgendwie... Loot für mich spawns. Und dann vielleicht kann ich ihn ja erwischen und dich rächen. Ich glaube bald nicht, dass du so easy an Loot kommst. Ich auch nicht. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Hashtag belief, oder? Ich werde das jetzt mal... ...bett jetzt einen Lux spawnen. Wo? Da drüben, ja. Das Gute ist ja, er hat mich noch nicht... ...gleich nicht entdeckt, oder? Bin ich mir nicht sicher, da wird er schon gesehen haben, dass er nicht bloß einer ist. Kannst du sagen, ob der mehr vom ganz linken Turm war oder beim mittleren Turm von dem... Weil ich bin jetzt bei den zwei Baracken. Oh, Mann. Nennst du? Ich habe keine Ahnung. In einem von den Turmen, die halt weiter in die andere Richtung waren, in den Gegensätze-Richtungen. Okay, okay, okay. Kein Problem. Ich vermute, dass es der Turm ist, weil... Aber wenn es der Turm ist, hätte er halt doch mehr... ...hätte auch mehr andere Dinge im Blick haben können. Hm, hm. Ein anderes tut, was ich um ihn. Deswegen, äh... ...äh, die Kacke, ey. Die Zombies, sie machen schon ganz schön dämliche Geräusche. Du fick die Hände. Ja, vor allem, äh... ...wie laut das die sind, oder? Ey, ich meine, ich habe jetzt extra... ...meinen Armour-Sound wieder weiter runtergedreht, den In-Game-Sound. Weil, so wie ich vorher mal gespielt habe, was mit ziemlich hohem Sound, gell, ähm... ...da... ...da haut's das Ohr weg. Ich denke mal, dass die direkt hinter mir sind, aber das soll's da wahrscheinlich auch. So, jetzt mach ich mal schnell... ...du Ohrstöpsel rein. ...habe gedacht, hier unten sind Häuser, aber anscheinend... ...ah, da unten doch. Bin mir nicht sicher, ob man da looten kann. Oh, es wäre mal glücklich. So, ich hoffe, inständig, dass hier... ...dann noch mal heute mal Waffen spawnen. Ja, das Problem ist, ich mach mir da jetzt keine Hoffnung, dass man da was findet, deswegen werde ich jetzt einfach woanders hingehen, irgendwie in der Stadt oder irgendwo was, weil... ...ohne Grundausrüstung brauchst du da nicht auf dem Airfield gehen, ...als Bambi, wenn du da gerade erst angefangen hast. Wir haben sie jetzt eh nur für Anschauungszwecken gemacht, für euch, ...damit ihr mal seht, wie die Zombies hier im Mod ausschauen. Und dann wollen wir einfach nur hoffen, dass ich jetzt da was finde, ...dass das irgendwie... ...ergibt. Ich bin halt auf der gegenüberliegenden Seite vom Fluss jetzt. Mhm, mhm. Bloß, weil man hier vom Zombie zum Beispiel angehendet wird ...und nicht mal, äh, was zum Bandagieren hat oder so. Ach, fick dich doch, man. Ich weiß nie, ob direkt innern neben mir steht. Das ist so extrem laut. Also bist du schon in einer kleineren Stadt und die sind schon wieder voll mit Zombies. Hier ist auf jeden Fall ein Spieler und Roter. Äh, Nancy, ich glaube, ich habe da eine Leiche gefunden. Oh ja, kann möglich sein. Hier ist nirgends wo ein Loot, by the way. Mhm. Ja, normalerweise ploppt ja immer die Message auf Loot has been spawned for you. Das hat ja auch bei anderen Zombie-Servern funktioniert. Nur den, was ich vorher mal gespielt habe, der ist leider... Ich habe ja schon mal einen Server gescoutet gehabt, der, was eigentlich schon, eigentlich nicht so schlecht besucht war, aber der ist immer nur alle Herrschaftszeiten mal online. Warum, I don't know. Muss ja auch nicht unbedingt angezeigt werden, nur weil es woanders angezeigt wird. Äh, normalerweise zeigt dir die Mod an. Loot has been spawned for you. Ja, das weiß ich, dass das so ist, aber es muss nicht unbedingt angezeigt werden, nur weil das woanders auch so ist. Äh, Nancy, du kennst die neueste Version noch nicht, wo es rechts unten direkt einen Block-Ton gibt. Ja, aber das ist doch alles modifiziert. Okay, ja, stimmt. Über mir. Das kann natürlich sein, dass die eben Server-Admins das hier deaktiviert haben. Da gebe ich dir da natürlich Resten, Nancy. Verzeih meine, meine... Ich meine, das ist immer noch, äh, Survival-Geschichte, also du siehst... Ja, 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 ja. Die werden wahrscheinlich nicht unbedingt den Leuten immer zeigen, äh, so, jetzt könnt ihr was looten gehen. Und ihr müsst halt nicht mehr aufpassen, dass wir von Zombies gekilltet haben. Äh, kann ich mir durchaus vorstellen. Das ist ja bei Daisy auch nicht so. Mhm. Ja, aber ich meine, auf dem normalen... Äh, auf jedem normalen... Äh, von der Ex-Seilen-Mod selbst, takt, wäre das normal. Aber ja, ich verstehe dich nicht jetzt. Ich bin schon still. Ja, aber ich verstehe zum Beispiel gerade nicht, wie so der Rechner hier so arbeitet. Oh, lud, 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 lud. Ich habe eine Weste. Es wird, es wird, also es... Mir ist teilweise Loot, nur leider noch keine Waffe. Oh, verdammt, jetzt kommt ein Heli. Habe ich gerade gesagt, dass er ein Heli ist. Ja, der kommt so immer näher zu mir. Da seht ihr nämlich einen Wasserspender, wenn ihr da rangeht. Und das ist jetzt nämlich auch mit einem neueren Update kommen, dass man hier nämlich gleich frisches Wasser nachfüllen kann und nicht abkochen braucht. Äh, Nancy, hast du zufällig dein, äh, dein Fahrrad an der Baracke stehen lassen? Kann sein. Okay, natürlich, da ist das deins gewesen sein. Hier spawnt aber auch nichts. Aber selbst wenn, es ist halt sehr viel, da kannst du damit rechnen, dass da hunderte Fahrräder rumstehen. Nee, es ist direkt an der Barackenwand, die seien es. Ja, weil dann habe ich wenigstens mal ein Fahrrad, was jetzt mit dem wird zu dir kommen. Halt, 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 da ist was spawnt. Da ist was gespawnt. Ne Waffe, ja! Ja! Yeah, baby! Was ist denn los? Hehehe, Pilotenhelm und Pilotenoverall, das wird jetzt lustig. Hehehehe. Wie sehe ich aus? Bescheuert, aber egal. Nennt sie, ich gehe auf die Jagd. Hm. Ich, ich versuche dich zu rechnen. Na, verdammt, der Heli. Der hat mich hier gespawtet. Ah, da ist auch jetzt sowas gespawnt. Was ist mit der? Oh, Rucksack, Rucksack. Yeah, baby. Lol, der Heli landet hier. Nein. Hm? Ich glaube, der will hier landen. Wir müssen uns mal die Örstoffe reintun. Sonst wird mir das zu laut. Ja, der landet hier. Soll jetzt ein Arsch sein und einfach den Typen versuchen rauszuschießen? Warum brauchst du mich? Mach's doch einfach. Okay. Wie soll denn ein Huey oder wie ist das? Oder ein U100 oder wie der heißt. Haben wir zwei Watt. Okay, der havert ein bisschen am Boden. Was wartet der? Ah, der liftet ein Auto. Das ist ein Sack. Ah, das sind solche Säcke. Das soll ich da. Das fängt gleich an wie bei Epoch. Wenn sie. Das ist gleich wie bei Epoch. Die fliegen nur mal mit ihren verdammten Heli rum und looten die Autos. Und dann wunderst du dir als Freshspawn, dass du kein Auto findest. Also, 느낌. Mhm. Mhm. Vielen Dank. Was ist das da? Sieht aus wie ein Scope oder irgend sowas. Oder was ist das? Ist eine Flasche. Ich habe wieder bis 14 FPS. Ist aber komisch, gell? Was ist das? Mein Problem wird demnächst sein, dass ich verhungere. Bei Essen habe ich auch noch nichts gefunden. Hier sind halt die ganze Zeit noch Zombies. Und ich gehe mal davon aus, dass die Mod... Nancy? Ja, ich versuche gerade mein Problem zu beheben, deswegen... Nein, nur doch, dass ich jetzt einen Disconnect habe. Weil bei mir lässt sich die Tür nicht öffnen. Ah, jetzt! Okay. Creepy! Drei! 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 Ah, da sind die Zombies wieder. 100 Megabyte pro Sekunde. 120 MB pro Sekunde. Ah, da habe ich erwischt. Das hat er mir nur anknabbert. 15 Prozent Schaden gemacht. Geweckt. Also an einer Festplage. Ich glaube, das liegt am Server. Weil hier bleibt auch ein paar Frametrops. Da würde ich jetzt erstmal auf den Server... Ich meine, jetzt mal gucken, dass ich ein, zwei Videos rausbekomme. Guck mal, wie es aussieht. Da muss man das erstmal angucken. Und die Quellen jetzt aussieht, wenn ich mir die jetzt angucke. Ja, ich versuche gerade jetzt noch kurz die Türme abzusuchen, um deinen Mörder zu erwischen. Das ist, ob man das benutzen kann. Oh, 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 da ist die Tür offen schon. Das könnte ein gutes Zeichen sein. Oder warst du schon heute auf dem Turm? Ja, du warst ja heute auch schon auf dem Airfield rum, oder? Ich habe nur auf einen, glaube ich. Da stehen drei oder vier. Da steht ein Truck. Nee, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass der auf dem Airfield rum war. Aber ich glaube eher mehr, der hat aus der Stadt geschossen. Das ist mir eh erforkommen. Und ich werde jetzt versuchen abzuhauen. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ich bin tot. Die Zombies haben mich erwischt. Bis zum nächsten Mal.